Guten Tag, mein Name ist Ella Krüger. Und wie heißen Sie? Tayo Okoye. Wie bitte? Tayo Okoye. Tayo Okoye. Hallo, ich heiße Karim Musa. Und Sie? Mein Name ist Rabia Navid. Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Rabia Navid. Guten Tag, mein Name ist Karim Musa. Guten Tag, ich bin Laura Zalewska. Woher kommen Sie, Herr Musa? Aus Syrien. Und Sie? Aus Polen. Frau Navid, woher kommen Sie? Ich komme aus dem Iran. Aus dem Irak? Nein, aus dem Iran. Guten Morgen, ich bin Miguel Garcia Fernandez. Guten Morgen, mein Name ist Laura Zalewska. Woher kommen Sie, Herr Garcia Fernandez? Aus Spanien. Und Sie? Aus Polen. Hallo, ich bin Tayo. Entschuldigung, wie heißt du? Tayo. Ah, ich bin Anna. Woher kommst du? Aus Nigeria. Guten Morgen, Frau Krüger. Morgen, Herr Musa. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Auch gut. Hallo, Julia. Hallo, Alex. Wie geht es dir? Naja, es geht so. Und dir? Ach, ganz gut. Sprechen Sie Spanisch? Ja, ich spreche Spanisch und Englisch und ein bisschen Deutsch. Sprechen Sie Arabisch? Nein, Bulgarisch. Und Sie? Französisch und Arabisch. Kommen Sie aus Eritrea? Nein, aus Nigeria. Kommen Sie aus Syrien? Ja, ich komme aus Aleppo. Sind Sie Joanna Okoye? Ja, richtig. Sind Sie Daniel Mayer? Nein, ich bin Karim Musa. Guten Tag, mein Name ist Ella Krüger. Und wie heißen Sie? Tayo Okoye. Wie bitte? Tayo... Okoye. Tayo Okoye. Hallo, ich heiße Karim Musa. Und Sie? Mein Name ist Rabia Navid. Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Rabia Navid. Guten Tag, mein Name ist Karim Musa. Guten Tag, ich bin Laura Zalewska. Woher kommen Sie, Herr Musa? Aus Syrien. Und Sie? Aus Polen. Frau Navid, woher kommen Sie? Ich komme aus dem Iran. Aus dem Irak? Nein, aus dem Iran. Guten Morgen, ich bin Miguel Garcia Fernandez. Guten Morgen, mein Name ist Laura Zalewska. Woher kommen Sie, Herr Garcia Fernandez? Aus Spanien. Und Sie? Aus Polen. Hallo, ich bin Tayo. Entschuldigung, wie heißt du? Tayo. Ah, ich bin Anna. Woher kommst du? Aus Nigeria. Ja. Guten Morgen, Frau Krüger. Morgen, Herr Musa. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Auch gut. Hallo, Julia. Hallo, Alex. Wie geht es dir? Naja, es geht so. Und dir? Ach, ganz gut. Sprechen Sie Spanisch? Ja, ich spreche Spanisch und Englisch und ein bisschen Deutsch. Sprechen Sie Arabisch? Nein, Bulgarisch. Und Sie? Französisch und Arabisch. Kommen Sie aus Eritrea? Nein, aus Nigeria. Kommen Sie aus Syrien? Ja, ich komme aus Aleppo. Sind Sie Joanna Okoye? Ja, richtig. Sind Sie Daniel Mayer? Nein, ich bin Karim Musa. Das ist meine Familie. Meine Kinder sind mein Sohn Tayo und meine Tochter Joana. Meine Schwiegertochter heißt Michaela. Hier ist mein Vater Akono. Und das sind mein Bruder Tayo und meine Schwägerin Michaela. Hier sind mein Mann Tayo, meine Schwägerin Joana und mein Schwiegervater Akono. Hier ist mein Schatz, meine Frau Michaela. Das sind mein Vater Akono und meine Schwester Joana. Ich bin verheiratet. Mein Mann heißt Adam. Wir kommen aus Polen, aber wir leben in Deutschland. Wir haben zwei Kinder. Wir sprechen Polnisch und Deutsch. Mein Sohn spricht nur Deutsch. Wie ist Ihr Name? Lydia Zawacki. Wie bitte? Lydia Zawacki. Buchstabieren Sie bitte. Lydia L-Y-D-I-A Zawacki Z-A-W-A-D-Z-K-I Z-A? Noch einmal bitte. Z-A-W-A-D-Z-K-I Danke. Wie ist Ihr Name? Schmitz. S-C-H-M-I-T-Z Mein Name ist Jelinski. Noch einmal bitte. Jelinski. Buchstabieren Sie bitte. J-E-L-I-N-S-K-I Ich bin Martin Voss. V-O-S-Z? Ja, richtig. Ich heiße Christine Hübner. Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Hübner? Nein, Hübner. H-Ü-B-N-E-R Ah, danke. Mein Name ist Bayer. Buchstabieren Sie bitte. B-E-I-E-R Danke, Herr Bayer. Ich bin Luise Klement. Entschuldigung. Klemens oder Klement? Klement. C-L-E-M-E-N-T Guten Morgen. Guten Morgen. Willkommen im Kindergarten Zwergenland. Sind Sie Herr Jankowski? Ja, richtig. Adam Jankowski. Sie möchten ein Kind bei uns anmelden? Ja, zwei. Meinen Sohn und meine Tochter. Henrik ist drei und Maja ist fünf. Sind Sie verheiratet? Ja, meine Frau heißt Gabriela. Woher kommen Sie, Herr Jankowski? Aus Polen. Aber wir wohnen jetzt in Deutschland. Wie ist Ihre Adresse? Berliner Straße 17 in 50868 Köln. Und wie ist Ihre Telefonnummer? 0 2 2 1 6 7 3 9 4 2. Gut, danke, Herr Jankowski. Füllen Sie bitte noch das Formular aus. Das ist meine Familie. Meine Kinder sind mein Sohn Tayo und meine Tochter Joana. Meine Schwiegertochter heißt Michaela. Hier ist mein Vater Akono. Und das sind mein Bruder Tayo und meine Schwägerin Michaela. Hier sind mein Mann Tayo, meine Schwägerin Joana und mein Schwiegervater Akono. Hier ist mein Schatz, meine Frau Michaela. Das sind mein Vater Akono und meine Schwägerin Joana. Ich bin verheiratet. Mein Mann heißt Adam. Wir kommen aus Polen, aber wir leben in Deutschland. Wir haben zwei Kinder. Wir sprechen Polnisch und Deutsch. Mein Sohn spricht nur Deutsch. Wie ist Ihr Name? Lydia Zawacki. Wie bitte? Lydia Zawacki. Buchstabieren Sie bitte. Lydia L-Y-D-I-A Zawacki. Z-A-W-A-D-Z-K-I Danke. Wie ist Ihr Name? Schmitz. S-C-H-M-I-T-Z. Mein Name ist Jelinski. Noch einmal bitte. Jelinski. Buchstabieren Sie bitte. J-E-L-I-N-S-K-I. Ich bin Martin Voss. V-O-S-Z? Ja, richtig. Ich heiße Christine Hübner. Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Hübner? Nein, Hübner. H-Ü-B-N-E-R. Ah, danke. Mein Name ist Bayer. Buchstabieren Sie bitte. B-E-I-E-R. Danke, Herr Bayer. Ich bin Luise Klement. Entschuldigung. Klemens oder Klement? Klement. C-L-E-M-E-N-T. Guten Morgen. Guten Morgen. Willkommen im Kindergarten Zwergenland. Sind Sie Herr Jankowski? Ja, richtig. Adam Jankowski. Sie möchten ein Kind bei uns anmelden? Ja, zwei. Meinen Sohn und meine Tochter. Henrik ist drei und Maja ist fünf. Sind Sie verheiratet? Ja. Meine Frau heißt Gabriela. Woher kommen Sie, Herr Jankowski? Aus Polen. Aber wir wohnen jetzt in Deutschland. Wie ist Ihre Adresse? Berliner Straße 17 in 50868 Köln. Und wie ist Ihre Telefonnummer? 0 2 2 1 6 7 3 9 4 2. Gut. Danke, Herr Jankowski. Füllen Sie bitte noch das Formular aus. Ist das ein Bleistift? Ja, das ist ein Bleistift. Und das? Das ist kein Bleistift, oder? Nein, das ist ein Kuli. Und was ist das? Eine Tasche? Nein, das ist keine Tasche. Das ist ein Rucksack. Ach so. Du, Karim? Ja? Wie heißt das auf Deutsch? Das ist ein Radiergummi. Wie bitte? Ein Radiergummi. R, A, D, I, E, R, G, U, M, M, I. Ah, danke. Entschuldigung, eine Frage. Ist das eine Lampe? Ja, genau. Und das? Ein Schlüssel. Alles klar. Danke. Entschuldigung, Frau Krüger. Eine Frage. Ja, bitte? Morgen ist kein Deutschkurs, oder? Ist da nicht ein Feiertag? Ja, Sie haben frei. Morgen ist kein Deutschkurs. Und Mittwoch sind wir in Raum 24. Okay? Raum 24. Sind wir Donnerstag und Freitag auch in Raum 24? Nein. Donnerstag und Freitag sind wir in Raum 21. Wie immer. Hier ist es ja auch viel schöner. Dann ist auch schon Wochenende. Ja. Am Samstag und Sonntag haben wir frei. Und ich möchte nach Berlin fahren. Wissen Sie, mein Freund Mehmet lebt da. Und ich habe ihn schon lange nicht gesehen. Viel Spaß dann. Ist das ein Bleistift? Ja, das ist ein Bleistift. Und das? Das ist kein Bleistift, oder? Nein, das ist ein Kuli. Und was ist das? Eine Tasche? Nein, das ist keine Tasche. Das ist ein Rucksack. Ach so. Du, Karim? Ja? Wie heißt das auf Deutsch? Das ist ein Radiergummi. Wie bitte? Ein Radiergummi. R, A, D, I, E, R, G, U, M, M, I. Ah, danke. Entschuldigung, eine Frage. Ist das eine Lampe? Ja, genau. Und das? Ein Schlüssel. Alles klar. Danke. Entschuldigung, Frau Krüger, eine Frage. Ja, bitte. Ja, bitte. Morgen ist kein Deutschkurs, oder? Ist da nicht ein Feiertag? Ja, Sie haben frei. Morgen ist kein Deutschkurs. Und Mittwoch sind wir in Raum 24, okay? Raum 24. Sind wir Donnerstag und Freitag auch in Raum 24? Nein, Donnerstag und Freitag sind wir in Raum 21, wie immer. Hier ist es ja auch viel schöner. Dann ist auch schon Wochenende. Ja, am Samstag und Sonntag haben wir frei. Und ich möchte nach Berlin fahren. Wissen Sie, mein Freund Mehmet lebt da. Und ich habe ihn schon lange nicht gesehen. Viel Spaß dann. Miguel, magst du Obstsalat? Obstsalat? Ja, aber ich mag keine Äpfel und keine Bananen. Was magst du denn? Orangen, Melonen, Kirschen, Trauben, Mangos, Kiwis. Ich mag Obst. Na gut. Ich esse die Äpfel und die Bananen. Und du isst? Haben wir noch Hackfleisch? Nein, wir brauchen ein Pfund Hackfleisch und zwei Kilo Tomaten. Ich kaufe auch einen Becher Joghurt und zwei Dosen Bohnen. Möchtest du Käse? Ja, 250 Gramm bitte. Brauchen wir noch Reis? Nein, wir haben noch zwei Packungen. Aber wir brauchen noch ein Glas Marmelade. Kaufen wir auch eine Flasche Wein? Nein, heute nicht. Guten Tag. Was hätten Sie gern? Ich hätte gern zwei Kilo Orangen. Gern. Darf es sonst noch etwas sein? Ja, ich brauche auch ein Kilo Tomaten. Ist das alles? Ja, danke. Wie viel macht das? Das macht 5,80 Euro. Miguel, magst du Obstsalat? Obstsalat? Ja, aber ich mag keine Äpfel und keine Bananen. Was magst du denn? Orangen, Melonen, Kirschen, Trauben, Mangos, Kiwis. Ich mag Obst. Na gut. Ich esse die Äpfel und die Bananen. Und du isst? Haben wir noch Hackfleisch? Nein. Wir brauchen ein Pfund Hackfleisch und zwei Kilo Tomaten. Ich kaufe auch einen Becher Joghurt und zwei Dosen Bohnen. Möchtest du Käse? Ja, 250 Gramm bitte. Brauchen wir noch Reis? Nein, wir haben noch zwei Packungen. Aber wir brauchen noch ein Glas Marmelade. Kaufen wir auch eine Flasche Wein? Nein, heute nicht. Guten Tag. Was hätten Sie gern? Ich hätte gern zwei Kilo Orangen. Gern. Darf es sonst noch etwas sein? Ja, ich brauche auch ein Kilo Tomaten. Ist das alles? Ja, danke. Wie viel macht das? Das macht 5,80 Euro. Ich bin vormittags im Deutschkurs. Nachmittags kaufe ich im Supermarkt ein. Dann koche ich das Essen für meine Familie. Wir essen abends zusammen und dann sehen wir fern. Ich arbeite nachts und schlafe vormittags. Nachmittags mache ich Computerspiele oder schreibe E-Mails. Am Wochenende mache ich Sport. Meine Freundin und ich frühstücken morgens zusammen. Dann gehen wir zum Deutschkurs. Nachmittags sind wir zu Hause. Wir machen die Hausaufgaben oder hören Musik. Abends gehen wir spazieren. Wir machen immer alles zusammen. Entschuldigung? Ja, bitte? Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Viertel vor elf. Danke. Christian, schläfst du noch? Aufstehen! Es ist schon halb sieben. Teresa, du sitzt ja immer noch am Computer. Machst du heute keine Mittagspause? Doch, aber ich habe so viel Arbeit. Da habe ich gar nicht auf die Uhr gesehen. Wie spät ist es denn? Viertel nach eins. Schon viertel nach eins. Dann mache ich jetzt Pause. Gehen wir zusammen essen? Ja, gern. Aber komm jetzt. Ich habe Hunger. Mein Tag beginnt um halb acht. Ich stehe nicht gern früh auf und bin morgens immer müde. Ich frühstücke nie, aber ich trinke immer einen Milchkaffee. Um zwanzig vor neun gehe ich zum Deutschkurs. Der Kurs beginnt um neun Uhr. Um elf machen wir immer eine Pause und um eins haben wir Schluss. Nachmittags bin ich oft zu Hause. Ich lese, höre Musik oder mache meine Hausaufgaben. Abends sehe ich manchmal fern. Ich sehe gern Filme auf Deutsch. So lerne ich viele neue Wörter. Ich stehe immer um viertel vor sieben auf und mache das Frühstück für meine Familie. Mein Mann geht um halb acht zur Arbeit und mein Sohn Maxim geht zur Schule. Am Nachmittag kaufe ich oft im Supermarkt ein oder mache meine Hausaufgaben. Abends sind alle zu Hause. Wir machen oft Spiele oder gehen spazieren. Maxim geht immer früh ins Bett. Mein Mann und ich trinken manchmal noch ein Glas Wein und sprechen über den Tag. Um elf Uhr sind wir dann auch müde und gehen ins Bett. Hallo. Hallo Karim. Hier ist Miguel. Miguel, wie geht's? Gut, danke. Und dir? Sehr gut. Wir lernen am Samstag zusammen Deutsch. Anna, Tayo und ich. Kommst du auch? Wann denn? Um halb fünf. Ja gut. Samstag habe ich Zeit. Ich komme gern. Super. Wir lernen von halb fünf bis halb sechs und dann essen wir zusammen. Anna macht Pizza. Hm, lecker. Aber sag mal, kommt Rabia nicht? Ich weiß nicht. Rabia hat nachmittags immer viel zu tun. Aber ich rufe sie an. Okay. Dann bis Samstag. Ja, hallo. Hallo Laura. Hier ist Miguel. Hast du am Samstag Zeit? Wann denn? Um halb fünf. Wir lernen erst zusammen Deutsch und dann macht Anna Pizza für alle. Kommst du auch? Nein, ich habe leider keine Zeit. Ich arbeite von 16 Uhr bis 20 Uhr. Am Samstag? Ja, ich arbeite manchmal auch am Wochenende. Schade. Ja, sehr schade. Naja, viel Spaß am Samstag. Danke. Tschüss. Ich bin vormittags im Deutschkurs. Nachmittags kaufe ich im Supermarkt ein. Dann koche ich das Essen für meine Familie. Wir essen abends zusammen und dann sehen wir fern. Ich arbeite nachts und schlafe vormittags. Nachmittags mache ich Computerspiele oder schreibe E-Mails. Am Wochenende mache ich Sport. Meine Freundin und ich frühstücken morgens zusammen. Dann gehen wir zum Deutschkurs. Nachmittags sind wir zu Hause. Wir machen die Hausaufgaben oder hören Musik. Abends gehen wir spazieren. Wir machen immer alles zusammen. Entschuldigung? Ja, bitte? Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Viertel vor elf. Danke. Christian, schläfst du noch? Aufstehen. Es ist schon halb sieben. Teresa, du sitzt ja immer noch am Computer. Machst du heute keine Mittagspause? Doch, aber ich habe so viel Arbeit. Da habe ich gar nicht auf die Uhr gesehen. Wie spät ist es denn? Viertel nach eins. Schon viertel nach eins. Dann mache ich jetzt Pause. Gehen wir zusammen essen? Ja, gern. Aber komm jetzt. Ich habe Hunger. Mein Tag beginnt um halb acht. Ich stehe nicht gern früh auf und bin morgens immer müde. Ich frühstücke nie, aber ich trinke immer einen Milchkaffee. Um zwanzig vor neun gehe ich zum Deutschkurs. Der Kurs beginnt um neun Uhr. Um elf machen wir immer eine Pause und um eins haben wir Schluss. Nachmittags bin ich oft zu Hause. Ich lese, höre Musik oder mache meine Hausaufgaben. Abends sehe ich manchmal fern. Ich sehe gern Filme auf Deutsch. So lerne ich viele neue Wörter. Ich stehe immer um Viertel vor sieben auf und mache das Frühstück für meine Familie. Mein Mann geht um halb acht zur Arbeit und mein Sohn Maxim geht zur Schule. Am Nachmittag kaufe ich oft im Supermarkt ein oder mache meine Hausaufgaben. Abends sind alle zu Hause. Wir machen oft Spiele oder gehen spazieren. Maxim geht immer früh ins Bett. Mein Mann und ich trinken manchmal noch ein Glas Wein und sprechen über den Tag. Um elf Uhr sind wir dann auch müde und gehen ins Bett. Hallo. Hallo Karim. Hier ist Miguel. Miguel, wie geht's? Gut, danke. Und dir? Sehr gut. Wir lernen am Samstag zusammen Deutsch. Anna, Tayo und ich. Kommst du auch? Wann denn? Um halb fünf. Ja gut. Samstag habe ich Zeit. Ich komme gern. Super. Wir lernen von halb fünf bis halb sechs und dann essen wir zusammen. Anna macht Pizza. Hm, lecker. Aber sag mal, kommt Rabia nicht? Ich weiß nicht. Rabia hat nachmittags immer viel zu tun. Aber ich rufe sie an. Okay. Dann bis Samstag. Ja, hallo? Hallo Laura. Hier ist Miguel. Hast du am Samstag Zeit? Wann denn? Um halb fünf. Wir lernen erst zusammen Deutsch und dann macht Anna Pizza für alle. Kommst du auch? Nein, ich habe leider keine Zeit. Ich arbeite von 16 Uhr bis 20 Uhr. Am Samstag? Ja, ich arbeite manchmal auch am Wochenende. Schade. Ja, sehr schade. Naja, viel Spaß am Samstag. Danke. Tschüss. 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 Ich wohne mit meinem Mann zusammen in einer schönen Wohnung. Sie ist sehr hell. Ich mag mein Arbeitszimmer sehr. Die Sonne kommt durch das Fenster und draußen ist gleich der Balkon. Ich muss viel zu Hause arbeiten. Aber die Arbeit macht auch Spaß. Meine Wohnung ist wunderschön. Und sie hat einen großen Balkon. Da bin ich sehr gerne. Ich habe viel Grün auf dem Balkon. Meine Pflanzen bekommen jeden Tag Wasser. Und viel Liebe. Ich habe eine kleine Wohnung im Zentrum. Aber die Küche ist groß. Dort bin ich am liebsten. Ich esse und koche gerne. Und am Küchentisch kann ich auch sitzen und meine Hausaufgaben machen. Sag mal, sucht ihr noch eine Wohnung? Ja, wir brauchen eine große Wohnung. Unsere ist zu klein. Wie viele Zimmer muss die Wohnung denn haben? Mindestens drei. Dann schau mal hier das Angebot. Das hört sich doch gut an. Ja, das stimmt. Tina, wo sind die Wohnungsanzeigen? Hier in der Zeitung. Da ist eine interessante Anzeige. Welche denn? Hier, die Drei-Zimmer-Wohnung. Leider sind es 100 Euro mehr, als wir zahlen möchten. Hm. Wir können ja einen Besichtigungstermin ausmachen. Dann sehen wir weiter. Na, wie sieht's mit der Wohnungssuche aus? Habt ihr etwas gefunden? Nein, noch nicht. Wir brauchen dringend mehr Platz. Besonders für die Kinder. Wie groß muss die Wohnung denn sein? Mindestens 100 Quadratmeter. Besser noch mehr. Wir möchten aus der Stadt wegziehen. Die Kinder wünschen sich einen Garten. Dann schau mal hier die Anzeige. Gefällt dir das Haus? Ja. Warum nicht? Hier ist das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer liegt ja direkt an der Hauptstraße. Ja, aber hier ist es nicht laut. Die Straße ist sehr ruhig. Nein, es tut mir leid. Hier ist es laut. Ist das hier das Bad? Ja. Es ist klein, aber schön und hell. Das Bad ist doch nicht schön. Es ist hässlich und dunkel. Wie viel kostet die Wohnung? Sie kostet 800 Euro. Es kommen noch ca. 150 Euro für Heizung und so weiter dazu. Was? 950 Euro insgesamt? Das ist doch viel zu teuer. Ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen. Mit Miguel. Die Wohnung ist nicht so wichtig. Hauptsache wir sind zusammen. Wir haben nur ein Zimmer, aber es ist sehr groß und hell. Viele Möbel haben wir noch nicht. Ich mache jetzt einen Plan und wir gehen einkaufen. Wir brauchen einen Tisch. Schau mal, den Tisch da. 399 Euro. Der ist zu teuer. Schau mal, die Kaffeemaschine. Die kostet nur 39,95 Euro. Brauchst du eine Kaffeemaschine? Ja, unbedingt. Ich habe noch eine im Keller. Die kannst du haben. Die Kinder brauchen einen Kleiderschrank. Wie findest du den Kleiderschrank hier? Den finde ich nicht so gut. Der da hinten ist sehr schön. 745 Euro für einen Schrank. Ich finde, das ist viel Geld. Schau mal, das Sofa ist schön. Nein, das ist nicht schön, aber sehr billig. Was? 1378 Euro für ein Sofa findest du billig? Wir brauchen eine Lampe. Die Lampe dort finde ich schön. Der Teppich ist auch schön. Ja, aber wir haben doch einen Teppich. Wie findest du die Stühle? Sehr schön, aber wir haben doch Stühle. Ja, aber sie sind schon alt. Also, was brauchen wir für die Wohnung? Ich möchte eine Spülmaschine und eine moderne Kaffeemaschine. Na gut, und ich möchte einen Sessel. Einen Sessel? Ja, einen Sessel zum Fernsehen. Hm, ich bin für ein schönes Sofa. Dann können wir zusammensitzen. Aber es darf nicht so teuer sein. Wir brauchen ja auch noch Regale, einen Tisch, Stühle und eine Waschmaschine. Das wird ganz schön teuer. Ja, ja, aber ein Sofa ist so gemütlich. Guten Tag. Was möchten Sie kaufen? Wir brauchen einen Tisch, Stühle, einen Sessel. Nein, wir brauchen ein Sofa. Das Sofa hier ist sehr schön. Es kostet nur 285,95 Euro. So viel Geld haben wir nicht. Das ist zu teuer. Hier haben wir ein Sofa für 128 Euro. Das ist ein Sonderangebot. Aber das ist nicht schön. Es ist hässlich. Hallo Elena, wie geht's? Hallo Ilja, danke, gut. Und dir? Ja, prima. Ich habe eine neue Wohnung. Das ist toll. Wie viele Zimmer hat deine Wohnung? Ich habe jetzt drei Zimmer, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer für Julia. Bad und Küche? Ja, die Wohnung hat eine große Küche, einen schmalen Flur, ein helles Bad, eine kleine Gästetoilette und einen breiten Balkon. Das ist ja super. Und wie groß ist deine neue Wohnung? Meine hat ja nur 65 Quadratmeter und zwei Zimmer. Also, meine neue Wohnung hat 95 Quadratmeter und ist sehr hell. Und wie groß ist deine Küche? Meine Küche ist 18 Quadratmeter groß. Elena, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ich suche Bilder für meine Wohnung. Hast du eine Idee? Im August kommt meine Familie aus Italien. Ja, ich kenne ein Geschäft. Da gibt es schöne und günstige Bilder. Das Geschäft ist in der Gartenfeldstraße 33, neben dem Parkhaus. Aber jetzt muss ich weiter, Ilja. Viel Erfolg! Danke. Ich gehe mal hin. Tschüss, bis bald. Guten Tag, Herr Himidi. Guten Tag, Frau Meier. Wir haben uns lange nicht gesehen. Sie sind umgezogen. Ja, die Wohnung ist toll. Sie hat sogar einen Balkon. Und ist Ihr Balkon groß? Nein, er ist leider klein. Ach, und wie viel Quadratmeter hat denn Ihre Wohnung überhaupt? Sie hat 55 Quadratmeter. Sie ist nicht groß, aber uns reicht es. Wie viele Zimmer hat Ihre Wohnung? Drei, wie die alte Wohnung? Nein, sie hat zwei Zimmer, eine kleine Küche und ein Bad. Für Sie und Ihren Mann ist das praktisch. Und Ihre Küche? Ihr Mann kocht doch so gern. Ist Ihre Küche groß? Ja, sie ist groß. Wir haben sogar einen Esstisch da. Und Sie? Kochen Sie eigentlich auch gern? Nicht wirklich. Ich bin am liebsten auf dem Balkon und lese. Was ist Ihr Lieblingszimmer, Frau Meier? Das Wohnzimmer. Wie ist Ihr Wohnzimmer? Es ist schön. Es ist hell und gemütlich. Was machen Sie da am liebsten? Abends sehen wir oft fern. Und am Wochenende spielen wir Spiele. Wissen Sie, unser Neffe ist am Wochenende häufig da und will immer etwas mit uns spielen. Eine letzte Frage noch. Ist Ihre Wohnung teuer? Das ist ja das Beste. Sie kostet nur 200 Euro kalt. Das ist ja unglaublich. Eine Kaffeemaschine ist praktisch. Gefällt dir die Kaffeemaschine? Ja, die Kaffeemaschine ist schön. Ein Kleiderschrank in meiner Wohnung ist kaputt. Der hier ist groß und schön. Wie viel kostet der Kleiderschrank? Der Schrank kostet nur 149 Euro. Das Kinderbett ist zu klein für meine Tochter. Gefällt dir das Bett hier? Ich brauche einen Tisch. Schau mal, willst du den Tisch? Ich kaufe die Lampe. Aber du hast doch eine Lampe. Du brauchst keine Lampe. Schau mal, du brauchst doch Stühle. Gefallen dir die Stühle? Die Stühle möchte ich nicht. Ich möchte ein Sofa. Mein Sofa ist alt. Nimm das Sofa. Das Sofa ist schön und nicht teuer. Hallo Elena, wie geht's? Hallo Ilja, danke, gut. Und dir? Ja, prima. Ich habe eine neue Wohnung. Das ist toll. Wie viele Zimmer hat deine Wohnung? Ich habe jetzt drei Zimmer, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer für Julia. Bad und Küche? Ja, die Wohnung hat eine große Küche, einen schmalen Flur, ein helles Bad, eine kleine Gästetoilette und einen breiten Balkon. Das ist ja super. Das ist ja super. Und wie groß ist deine neue Wohnung? Meine hat ja nur 65 Quadratmeter und zwei Zimmer. Also, meine neue Wohnung hat 95 Quadratmeter und ist sehr hell. Und wie groß ist deine Küche? Meine Küche ist 18 Quadratmeter groß. Elena, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ich suche Bilder für meine Wohnung. Hast du eine Idee? Im August kommt meine Familie aus Italien. Ja, ich kenne ein Geschäft. Da gibt es schöne und günstige Bilder. Das Geschäft ist in der Gartenfeldstraße 33, neben dem Parkhaus. Aber jetzt muss ich weiter, Ilja. Viel Erfolg. Danke. Ich gehe mal hin. Tschüss. Bis bald. Guten Tag, Herr Himidi. Guten Tag, Frau Meier. Wir haben uns lange nicht gesehen. Sie sind umgezogen. Ja, die Wohnung ist toll. Sie hat sogar einen Balkon. Und ist Ihr Balkon groß? Nein, er ist leider klein. Ach. Und wie viel Quadratmeter hat denn Ihre Wohnung überhaupt? Sie hat 55 Quadratmeter. Sie ist nicht groß, aber uns reicht es. Wie viele Zimmer hat Ihre Wohnung? Drei, wie die alte Wohnung? Nein, sie hat zwei Zimmer, eine kleine Küche und ein Bad. Für Sie und Ihren Mann ist das praktisch. Und Ihre Küche? Ihr Mann kocht doch so gern. Ist Ihre Küche groß? Ja, sie ist groß. Wir haben sogar einen Esstisch da. Und Sie? Kochen Sie eigentlich auch gern? Nicht wirklich. Ich bin am liebsten auf dem Balkon und lese. Was ist Ihr Lieblingszimmer, Frau Meier? Das Wohnzimmer. Wie ist Ihr Wohnzimmer? Es ist schön. Es ist hell und gemütlich. Was machen Sie da am liebsten? Abends sehen wir oft fern. Und am Wochenende spielen wir Spiele. Wissen Sie, unser Neffe ist am Wochenende häufig da und will immer etwas mit uns spielen. Eine letzte Frage noch. Ist Ihre Wohnung teuer? Das ist ja das Beste. Sie kostet nur 200 Euro kalt. Das ist ja unglaublich. Eine Kaffeemaschine ist praktisch. Gefällt dir die Kaffeemaschine? Ja, die Kaffeemaschine ist schön. Ein Kleiderschrank in meiner Wohnung ist kaputt. Der hier ist groß und schön. Wie viel kostet der Kleiderschrank? Der Schrank kostet nur 149 Euro. Das Kinderbett ist zu klein für meine Tochter. Gefällt dir das Bett hier? Ich brauche einen Tisch. Schau mal. Willst du den Tisch? Ich kaufe die Lampe. Aber du hast doch eine Lampe. Du brauchst keine Lampe. Schau mal. Du brauchst doch Stühle. Gefallen dir die Stühle? Die Stühle möchte ich nicht. Ich möchte ein Sofa. Mein Sofa ist alt. Nimm das Sofa. Das Sofa ist schön und nicht teuer. Ich nehme immer das Auto. Das ist praktisch. Ich kann fahren, wann und wohin ich will. Und brauche nicht an einer Haltestelle zu warten. Außerdem sind die öffentlichen Verkehrsmittel immer sehr voll. In meinem Auto habe ich meine Ruhe und kann auch Musik hören. Natürlich sind die Straßen in der Stadt manchmal voll und man muss auch einen Parkplatz suchen. Aber dafür bin ich unabhängig. Ich nehme fast immer den Bus. In der Stadt ist das ganz praktisch. Es gibt sowieso nicht so viele Parkplätze und man muss Parkgebühren bezahlen. Ich habe eine Bushaltestelle direkt vor meiner Haustür und die Linie 11 fährt direkt ins Zentrum. In der Stadt fahre ich immer Fahrrad. Meistens bin ich schneller als die Straßenbahn und ich komme gut überall hin. Ein Auto habe ich nicht. Das ist mir zu teuer. Mir macht Fahrradfahren Spaß. Es hält mich fit und es kostet nichts. Nur ganz selten im Winter nehme ich auch schon mal die U-Bahn, wenn es einfach zu kalt ist, um Fahrrad zu fahren. Wie fahren wir in die Stadt? Wir fahren mit dem Bus. Warum nehmen wir nicht die Straßenbahn? Mit der Straßenbahn brauchen wir zu lange und wir müssen zweimal umsteigen. Dann nehmen wir doch besser das Auto. Nein, mit dem Auto brauchen wir einen Parkplatz. Dann fahren wir mit der U-Bahn. Schau mal hier auf den Stadtplan. Die U-Bahn fährt bis zum Hauptbahnhof. Ja, richtig. Das ist eine gute Idee. Wir nehmen die Linie 2. Die braucht nur 15 Minuten. Ich fahre immer mit der Straßenbahn. Und du? Die Straßenbahn nehme ich nie. Möchtest du morgen mit dem Auto fahren? Nein, ich fahre lieber mit dem Bus. Ich fahre nicht gerne mit dem Fahrrad. Ich auch nicht. Ich benutze immer das Auto. Wir nehmen die U-Bahn. Ja, wir nehmen die Linie 12. Nimmst du den Bus um 8.30 Uhr? Nein, ich nehme den Bus um 8 Uhr. Ich fahre mit dem Taxi zum Bahnhof. Fährst du mit dem Zug um 10 Uhr? Sehr geehrte Fahrgäste, die Regionalbahn RB25 von Köln nach Marienheide um 16.10 Uhr kommt heute ca. 5 Minuten später. Sehr geehrte Fahrgäste, der Intercity ICE 599 von Dortmund nach Frankfurt am Main um 8.35 Uhr fährt heute außerplanmäßig von Gleis 3 ab. Der Fahrgast Herr Martin Müller wird gebeten, zum Informationsschalter 1 im Fahrgastzentrum zu kommen. Sehr geehrte Fahrgäste, die S7 zum Flughafen fällt heute aufgrund eines Schadens aus. Fahrgäste zum Flughafen nehmen bitte die S9 bis zur Frankfurter Straße und steigen dann in die S12 um. Sehr geehrte Fahrgäste, der City Express 38 von Aachen nach Köln Hauptbahnhof fährt heute außerplanmäßig von Gleis 5. Die Ankunftszeit verzögert sich um ca. 10 Minuten. Sehr geehrte Fahrgäste, die S4 nach Siegburg-Bonn fährt heute aufgrund eines Gleisschadens nur bis Treusdorf. Fahrgästen bis Siegburg-Bonn steht ab Treusdorf Schienenersatzverkehr zur Verfügung. Das Marienkrankenhaus ist in der Goethe-Straße. Entschuldigung, ist das Schwimmbad am Marktplatz? Nein, das Schwimmbad ist gleich da vorne am Stadtpark. Ist das die VHS? Nein, das ist die Stadtbibliothek. Die VHS ist am Marktplatz. Hält die Linie 7 am Rudolfplatz? Ja, die Linie 7 und die Linie 1. Entschuldigung, ich suche die nächste Post. Die ist in der Frankfurter Straße neben dem Supermarkt. Entschuldigung, ist das das Jobcenter? Nein, hier ist das Rathaus mit dem Bürgerbüro. Das Jobcenter ist gegenüber der Krankenkasse. Hallo Karim. Hallo Anna, wohin gehst du? Heute gehe ich zum Wochenmarkt. Fährst du mit dem Bus? Nein, ich fahre mit dem Fahrrad. Und was machst du? Ich fahre zum Arzt und da nehme ich besser den Bus. Rabia, ich fahre zum Deutschkurs. Kommst du mit? Nein, ich komme heute später. Ich fahre noch zum Bürgerbüro. Fährst du mit dem Auto und kommst du am Rathaus vorbei? Nein, leider nicht. Ich nehme heute die Straßenbahn. Zum Rathaus fährst du besser mit der U-Bahn. Entschuldigung, wie komme ich zum Hauptbahnhof? Gehen Sie hier über die Ampel. Dann die Beethovenstraße, immer geradeaus bis zur nächsten großen Kreuzung. An der Kreuzung gehen Sie rechts in die Mozartstraße. Da sehen Sie schon die Sankt-Anna-Kirche. Hinter der Kirche nehmen Sie die zweite Straße links. Das ist die Bahnhofstraße. Nach ungefähr 400 Metern sehen Sie den Bahnhof. Also hier über die Ampel, dann immer geradeaus, an der Kreuzung rechts und nach der Kirche die zweite Straße links. Genau. Gut, dann vielen Dank. Ich arbeite im Krankenhaus, aber ich bin kein Arzt. Ich bin Koch. Ich koche das Essen für die Leute im Krankenhaus. Wir haben manchmal viel Stress in der Küche, aber ich mag meinen Beruf. Meine Arbeit ist sehr interessant. Ich bin Techniker und installiere Computersysteme. Mein Arbeitstag beginnt um 8 und endet um 16.30 Uhr. Am Wochenende habe ich immer frei. Ich bin Hausfrau. Ich habe zwei kleine Kinder, einen Mann und einen Hund. Da ist immer viel zu tun. Ich mag meine Arbeit. Naja, nicht immer. Ich putze nicht gern Fenster. Das ist langweilig. Ich arbeite noch nicht. Ich bin Studentin und studiere Mathematik. Vormittags bin ich an der Universität und nachmittags lerne ich zu Hause. Am Wochenende treffe ich Freunde und wir gehen oft in die Disco oder zu Konzerten. Arbeitest du gern zu Hause? Nein, lieber im Büro. Arbeitest du lieber vormittags oder nachmittags? Lieber nachmittags. Möchtest du heute Deutsch lernen oder morgen? Lieber morgen. Möchtest du lieber Reis oder Nudeln? Lieber Nudeln. Guten Morgen, Frau Moreno. Wie geht es Ihnen? Es geht so. Ich suche eine Arbeit, aber das ist nicht so einfach. Ich möchte nur halbtags arbeiten. Hm, wir suchen eine Aushilfe hier im Supermarkt. Wann möchten Sie denn arbeiten? Vormittags? Nein, lieber nachmittags. Ich spreche mal mit Frau Winter. Sie ist die Chefin hier. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielleicht sind wir bald Kolleginnen. Was sind Sie von Beruf? Ich arbeite als Kellnerin hier im Restaurant. Ist die Arbeit interessant? Es geht so. Die Arbeit ist nie langweilig. Und ich arbeite gern mit Menschen zusammen. Und viele Gäste sind sehr nett. Haben Sie oft Stress? Arbeiten Sie auch am Samstag? Ja, ich arbeite sehr oft am Samstag und Sonntag. Es sind immer fünf Tage in der Woche. Bis wann müssen Sie heute arbeiten? Bis 18 Uhr. Aber ich kann dann noch nicht nach Hause gehen. Ich muss zuerst in die Autowerkstatt. Mein Auto ist kaputt. Oh je. Naja, es ist nicht so schlimm. Es ist nur eine kleine Reparatur. Na dann, schönen Abend und danke für das Interview. Gern. Schönen Abend. Pizzeria Roma. Hier ist Silvia. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Toni Lettinger. Sie suchen einen Pizzafahrer? Ja, das stimmt. Ich suche eine Arbeit als Fahrer. Haben Sie ein Auto? Ja, ich habe ein Auto und einen Führerschein natürlich auch. Gut, wir suchen einen Fahrer für abends. Da haben wir immer viel zu tun. Können Sie von 17 Uhr bis 21 Uhr arbeiten? Ja, kein Problem. Ich bin flexibel. Schön. Wann können Sie anfangen? Ich kann sofort anfangen. Schon am Mittwoch? Ja, gern. Perfekt. Können Sie heute Nachmittag in die Pizzeria kommen? Sie müssen noch ein Formular ausfüllen. Natürlich. Wann denn? Um 15.30 Uhr? Ja, das geht. Wie ist die Adresse? Hauptstraße 98. Gut, dann bis 15.30 Uhr. Bis dann. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Okoye. Guten Tag. Ich habe einen Termin um 10 Uhr. Ja, richtig. Zur Untersuchung. Haben Sie Ihre versicherten Karte? Hier, bitte. Danke. Dann nehmen Sie bitte noch Platz im Wartezimmer. Dauert es sehr lange? Na ja, eine halbe Stunde vielleicht. Gut, das geht ja noch. Nehmen Sie zweimal am Tag eine Tablette. Einmal morgens und dann abends, bevor Sie ins Bett gehen. Hier ist Ihre Salbe. Wechseln Sie bitte einmal am Tag den Verband. Das ist wichtig. Nehmen Sie dreimal am Tag 5 ml Hustensaft. Nehmen Sie zweimal am Tag vor dem Essen 25 Tropfen mit Wasser ein. Praxis Dr. Salentin Wegner, guten Tag. Guten Tag. Böhmer mein Name. Ich brauche einen Termin. Zur Vorsorge oder zur Untersuchung? Zur Untersuchung. Möchten Sie vormittags oder nachmittags? Lieber nachmittags. Nächste Woche Dienstag um 15 Uhr? Geht das nicht früher? Ich habe Schmerzen. Kommen Sie dann morgen um 11 in die Notfallsprechstunde. Praxisgemeinschaft Emmerich und Pohl. Was kann ich für Sie tun? Schmidt hier. Ich habe heute um 15 Uhr einen Termin bei Frau Dr. Emmerich. Mein Sohn ist aber leider krank. Er hat Fieber. Ich muss den Termin leider absagen. Ich verstehe. Da kann man nichts machen. Möchten Sie denn einen neuen Termin? Gerne. Können Sie nächste Woche Donnerstag um 10 Uhr? Nächste Woche Donnerstag ist der 31., oder? Ja, genau. Um 10 Uhr. Geht das? Ja, das geht. Gut, Frau Schmidt. Dann am Donnerstag, den 31. um 10 Uhr. Vielen Dank. Altenpflegeheimhaus Aja, guten Tag. Sie sprechen mit Daniela Peters. Guten Tag. Mein Name ist Okoye, Joanna Okoye. Ich mache zurzeit ein Praktikum bei Ihnen. Frau Schreiber ist meine Praktikumsbetreuerin. Guten Tag, Frau Okoye. Ich kann leider für eine Woche nicht zum Praktikum kommen. Ich bin krank. Ich habe Fieber. Der Arzt sagt, ich soll im Bett bleiben. Gut, Frau Okoye. Ich sage Frau Schreiber Bescheid. Ich schreibe Frau Schreiber auch. Das ist gut. Dann gute Besserung. Vielen Dank. Vielen Dank. Dauert es sehr lange? Na ja, eine halbe Stunde vielleicht. Gut, das geht ja noch. Nehmen Sie zweimal am Tag eine Tablette. Einmal morgens und dann abends, bevor Sie ins Bett gehen. Hier ist Ihre Salbe. Streichen Sie abends ein bisschen Salbe auf das Knie. Wechseln Sie bitte einmal am Tag den Verband. Das ist wichtig. Nehmen Sie dreimal am Tag 5 ml Hustensaft. Nehmen Sie zweimal am Tag vor dem Essen 25 Tropfen mit Wasser ein. Praxis Dr. Salentin Wegner, guten Tag. Guten Tag. Böhmer mein Name. Ich brauche einen Termin. Zur Vorsorge oder zur Untersuchung? Zur Untersuchung. Möchten Sie vormittags oder nachmittags? Lieber nachmittags. Nächste Woche Dienstag um 15 Uhr? Geht das nicht früher? Ich habe Schmerzen. Kommen Sie dann morgen um 11 Uhr in die Notfallsprechstunde. Praxisgemeinschaft Emmerich und Pohl. Was kann ich für Sie tun? Schmidt hier. Ich habe heute um 15 Uhr einen Termin bei Frau Dr. Emmerich. Mein Sohn ist aber leider krank. Er hat Fieber. Ich muss den Termin leider absagen. Ich verstehe. Da kann man nichts machen. Möchten Sie denn einen neuen Termin? Gerne. Können Sie nächste Woche Donnerstag um 10 Uhr? Nächste Woche Donnerstag ist der 31., oder? Ja, genau. Um 10 Uhr. Geht das? Ja, das geht. Gut, Frau Schmidt. Dann am Donnerstag, den 31. um 10 Uhr. Vielen Dank. Altenpflegeheimhaus Aja, guten Tag. Sie sprechen mit Daniela Peters. Guten Tag. Mein Name ist Okoye. Joana Okoye. Ich mache zurzeit ein Praktikum bei Ihnen. Frau Schreiber ist meine Praktikumsbetreuerin. Guten Tag, Frau Okoye. Ich kann leider für eine Woche nicht zum Praktikum kommen. Ich bin krank. Ich habe Fieber. Der Arzt sagt, ich soll im Bett bleiben. Gut, Frau Okoye. Ich sage Frau Schreiber Bescheid. Ich schreibe Frau Schreiber auch. Das ist gut. Dann gute Besserung. Vielen Dank. Hallo, Marie. Wie geht es dir? Ganz gut. Ich bin nur ein bisschen müde. Ich habe viel gearbeitet. Hast du Nachtdienst gehabt? Ja, letzte Woche und diese Woche auch. Ein Kollege ist krank. Da haben wir viel zu tun. Aber sag mal, wie geht es dir? Hast du jetzt frei? Ja. Martin und ich haben endlich Urlaub. Wir haben heute bis zehn geschlafen. Dann hat Martin Kaffee gekocht. Und wir haben gemütlich gefrühstückt. Wunderbar. Und wann fahrt ihr nach Norderney? Morgen früh. Wir haben schon den Koffer gepackt. Oh, kein Urlaubsstress? Naja, ein bisschen. Ich habe gestern noch die Fahrräder repariert. Und Martin hat die Wohnung geputzt und einen Kuchen gebacken. Aber jetzt ist alles fertig. Das ist schön. Du, es tut mir leid, aber ich muss jetzt zur Arbeit gehen. Können wir morgen telefonieren? Natürlich. Ich rufe morgen Nachmittag an. Bis dann. Gute Reise. Sag mal, Sandro. Hast du gestern Milch und Kaffee gekauft? Nein. Nur Bier. Aber wir brauchen auch Milch und Kaffee. Ich habe extra einen Einkaufszettel geschrieben. Hast du den nicht gelesen? Einen Einkaufszettel? Ich habe keinen Zettel gesehen. Na gut. Kannst du bitte noch Milch und Kaffee kaufen? Jetzt? Nein. Das geht jetzt nicht. Das Fußballspiel fängt gleich an. Möchtest du ein Bier? Hast du am Samstag das Fußballspiel gesehen, Rabia? Nein. Nein. Ich habe mit Anna und Miguel Deutsch gelernt und abends haben wir zusammen gegessen. Ah. Habt ihr alle zusammen gekocht? Oder wieder einmal Anna alleine? Wie immer. Anna hat gekocht. Sie hat eine Tomatensuppe gekocht und Brot gebacken. Lecker. Es ist sehr schön hier auf Norderney. Ja, sehr schön und sehr ruhig. Ich wohne gerne hier. Hast du schon immer hier gelebt? Nein. Früher habe ich in Kiew, Hamburg und Berlin gelebt. Und wo bist du geboren? In Kiew. Aber ich bin in Hamburg aufgewachsen und zur Schule gegangen. Und dann habe ich viele Jahre in Berlin gewohnt. Ich habe dort als Ingenieur gearbeitet. Sag mal, Viktor, wie lange kennst du Martin schon? Viele Jahre. Wir haben zusammen in Hamburg studiert. Nach dem Studium ist Martin nach Düsseldorf gegangen und ich nach Berlin. Und wann bist du nach Norderney gekommen? Letztes Jahr. Früher habe ich hier oft Urlaub gemacht. Ich bin jedes Jahr nach Norderney gefahren und habe die Natur fotografiert. Den Strand, das Meer und die Tiere. Fotografieren ist mein Hobby. Und jetzt ist es auch mein Beruf. Du arbeitest hier als Fotograf? Ja. Ich mache Fotos für Postkarten. Ich verdiene nicht viel, aber die Arbeit ist sehr schön. Gestern habe ich die Seehunde fotografiert. Die Touristen mögen Seehunde und kaufen gerne die Postkarten. Jetzt sind gerade die Seehundbabys geboren. Die sind süß. Ich habe noch nie Seehundbabys in der Natur gesehen. Nur im Fernsehen. Wir fahren gleich hin. Dann kannst du sie sehen. Oh ja, gerne. Wo ist Martin denn? Wir warten schon 20 Minuten. Ah, da ist er ja. Mach schnell, Martin. Wir fahren jetzt. Ich komme ja schon. Tut mir leid. Habt ihr lange gewartet? Ich habe noch Postkarten gekauft. Hier, guckt mal. Seehunde. Die sind doch süß, oder? Hallo, Ella. Wie geht's? Wie war der Urlaub? Schön, aber sehr kurz. Wir waren vier Tage auf Norderney. Warst du schon mal dort? Nein, ich war noch nie auf Norderney. Hast du schon die Hausaufgaben gemacht? Die waren wirklich schwer. Nein, ich hatte am Wochenende keine Zeit. Wir hatten Besuch. Meine Schwester und ihre Kinder waren da. Wie war dein Tag gestern, Lisa? Sehr schön. Ich war im Schwimmbad. Warst du nicht im Büro? Nein, ich hatte frei. Wie war dein Wochenende, Peter? Nicht so gut. Die Kinder waren krank, das Auto war kaputt und meine Frau war nicht da. Ich hatte viel zu tun. Oh je. Und wie war dein Wochenende? Ganz gut. Am Samstag hatte ich Dienst, aber am Sonntag habe ich nicht gearbeitet. Ich war zu Hause und habe den ganzen Tag Filme gesehen. Hallo, Herr Konrad. Wie war Ihr Urlaub? Waren Sie wieder am Meer? Nein, wir waren in den Bergen. Die Kinder sind Ski gefahren und hatten sehr viel Spaß. Der Urlaub war wirklich super. Kommst du am Samstag mit zu der Party von Stefan, Sandro und Miguel? Ja, klar. Du auch, oder? Aber ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Was meinst du? Vielleicht ziehe ich die Jeans und den roten Pullover an. Schau mal. Der war sehr teuer. Die Jeans finde ich super, aber der Pulli ist nicht schön und er ist langweilig. Na gut. Wie findest du die Hose? Ich mag sie. Sie ist bequem. Und dazu die Bluse und den Pullover. Gut? Auf keinen Fall. Sie ist bequem, ja. Die Bluse ist klasse, aber du trägst sie oft. Und der Pullover? Ich weiß, du magst ihn, aber ich finde ihn furchtbar. Warum ziehst du nicht das Kleid an? Das ist sehr schön. Nein, das möchte ich nicht anziehen. Ich habe noch den Rock. Guck mal. Ja, der ist klasse. Hm. Aber dann brauche ich noch eine Bluse und Schuhe. Hast du morgen Zeit? Gehen wir zusammen in die Stadt? Ja, gerne. Gute Idee. Treffen wir uns um 16 Uhr an der Hauptwache. Wie immer? Gut. Also du brauchst eine Bluse und Schuhe. Und ich brauche neue Socken, einen Schal und vielleicht finde ich eine Jacke. Ach, und ich möchte noch einen Pullover. Du sagst ja, der Pullover ist nicht schön. Lass uns gleich eine Liste schreiben, was wir brauchen. Wir vergessen sonst sicher die Hälfte. Wie gefällt dir die Bluse? Ich weiß nicht. Sie gefällt mir nicht so gut. Eine Bluse in Blau zu deinem Rock? Ich weiß nicht. Mir gefällt sie sehr gut. Aber ich glaube, sie passt mir nicht. Sie ist zu klein. Vielleicht kann dir die Verkäuferin helfen. Die Bluse ist zu klein. Haben sie sie auch in Größe 38? Meinst du, das T-Shirt passt mir? Die Farbe ist gut, aber das Shirt ist zu weit. Dann nehme ich es in Größe XS. Nein, das ist zu eng. Größe S könnte Ihnen passen. Hier, bitte. Vielen Dank. Kann ich Ihnen helfen? Ich brauche eine Hose. Wie gefällt Ihnen dieses Modell? Das ist ganz schön, aber ich möchte keine Hose in rosa. Kein Problem. Wir haben die Hose auch in grün. Nein, gefällt Ihnen die Farbe besser? Ja, die ist viel schöner. Ich probiere sie mal an. Und? Passt die Hose? Nein, leider nicht. Haben Sie die noch größer? Sie ist zu eng. Größer? Nein, leider nicht. Hier ist noch ein anderes Modell. Das ist aber teurer. Was kostet diese Hose denn? 98,95 Euro. Die andere Hose ist günstiger. Nur 57,50 Euro. Ich finde diese Hose am schönsten, aber sie ist auch am teuersten. Ich weiß nicht, vielleicht kaufe ich lieber einen Rock. Röcke habe ich doch am liebsten. Entschuldigung, ich möchte etwas umtauschen. Ja, was denn? Den Mantel hier. Ist etwas nicht in Ordnung damit? Ist er kaputt? Nein, aber der ist zu eng. Ich habe ihn gestern gekauft, aber er passt mir doch nicht richtig. Haben Sie noch den Kassenbon? Ja, natürlich. Hier, bitte. Möchten Sie das Geld zurück oder nehmen Sie einen anderen Mantel? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte jetzt doch lieber einen Anorak. Haben Sie einen in Größe 38? Thomas, fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit? Nein, heute nicht. Es regnet. Puh, es ist so heiß heute. Ja, es sind 31 Grad. Möchtest du etwas trinken? Oh ja, eine Limonade mit viel Eis, bitte. Gehen wir spazieren? Hm, ich weiß nicht. Das Wetter ist nicht so schön. Regnet es denn? Nein, aber es ist windig und kalt. Es ist minus ein Grad. Guck mal, Hanna, die Sonne scheint. Gehen wir in den Garten? Ja, gute Idee. Und nun der Wetterbericht. In ganz Deutschland ist es heute sehr heiß. Im Norden ist es am Nachmittag bewölkt und es regnet. In Süddeutschland ist es den ganzen Tag sonnig und trocken. Morgen ist das Wetter auch in Norddeutschland besser und die Sonne scheint. Papa, die Sonne scheint. Ich gehe nach draußen. Ich will Fahrrad fahren. Das geht nicht, Finja. Dein Fahrrad ist doch kaputt. Ach ja. Kannst du es reparieren? Ja, aber nicht jetzt. Mama und ich wollen einkaufen gehen. Mama, es schneit. Darf ich nach draußen? Ich will mit Papa einen Schneemann bauen. Ja, natürlich. Hast du deine Handschuhe? Ja, meine Handschuhe und meinen Schal. Gut, dann viel Spaß. Mama, ich habe die Hausaufgaben fertig. Schön, dann kannst du jetzt nach draußen gehen. Nein, es ist kalt heute. Ich will nicht nach draußen. Ich will lieber fernsehen. Rabia, welcher Tag ist heute? Der 26. April. Morgen hat deine Mutter Geburtstag. Ach ja, stimmt. Entschuldigung, ist heute der 10. Januar oder der 11.? Der 10. Danke. Mama, welcher Tag ist heute? Heute ist Dienstag. Und das Datum? Der 2. Oktober. Der 2. Oktober. Dann muss ich morgen nicht in die Schule. Genau. Morgen ist ein Feiertag. Da hast du frei. Hallo, Mama. Du, ich bin ganz aufgeregt. Wir haben jetzt endlich einen Termin für unsere Hochzeit. Marco, wie schön. Ich freue mich so. Wann ist denn der große Tag? An einem Freitag. An einem Freitag im Juni. Freitag. Naja, gut. Aber ein Samstag ist doch noch besser, oder? Ja, vielleicht. Aber samstags gibt es nie Termine. Das Standesamt macht nur ganz selten am Samstag auf. Na, dann muss es eben ein Freitag sein. Welches Datum genau ist es denn? Der 13. Juni. Was? Der 13. Marco, das geht nicht. Auf keinen Fall. Wieso? Was ist denn falsch an dem Datum? Freitag. Freitag, der 13. Das ist ein Unglückstag. Ihr werdet nicht glücklich, wenn ihr an so einem Tag heiratet. Ist denn Andrea einverstanden? Ja, Andrea sagt, Freitag, der 13. ist ein Glückstag. Und Andrea hat immer recht. Hm. Na, ich weiß nicht. Wir reden nochmal darüber. Tschüss, Marco. Tschüss, Mama. Du, Laura. Vassila und Giovanni machen eine Grillparty. Kommst du auch? Ja, klar. Ich komme gern. Hast du schon ein Geschenk? Nein. Aber ich will einen Kuchen backen. Giovanni liebt Kuchen. Ah, gute Idee. Und was mache ich? Vielleicht schenke ich ihm ein Buch. Nein, Giovanni liest nicht gern. Blumen sind besser. Blumen? Für einen Mann? Warum nicht? Männer mögen auch Blumen. Hm, ja. Warum nicht? Giovanni liebt seinen Garten. Er hat viele Blumen. Das stimmt. Und er will noch Blumen pflanzen. Das hat er vorgestern erzählt. Perfekt. Dann kaufe ich ein paar Blumen für den Garten. Hallo, Svetlana. Wie geht es dir? Hallo, Maxim. Gut, danke. Wohin fährst du? Jetzt fahre ich zur Post. Oh, das ist weit weg. Nimmst du die Straßenbahn? Nein, ich fahre mit dem Bus. Das geht schneller. Und wohin fährst du? Ich fahre mit dem Fahrrad zum Bürgerbüro. Ach so. Na dann, viel Spaß. Hallo, Igor. Fährst du auch zum Wochenmarkt? Nein, ich bin krank. Ich fahre jetzt zur Apotheke. Oh, das ist nicht gut. Aber du nimmst nicht das Auto, oder? Nein, nein. Ich fahre nicht allein. Ich nehme das Taxi. Ah, super. Dann nehme ich das Auto. Ich möchte noch zum Wochenmarkt. Ich möchte Obst und Gemüse einkaufen. Gute Besserung. Danke, Mia. Hallo, Luis. Hast du kurz Zeit? Nein, ich habe leider keine Zeit. Wohin gehst du denn? Ich fahre zum Schwimmbad. Meine U-Bahn kommt in zehn Minuten. Ah, okay. Das ist kein Problem. Ich möchte heute Nachmittag nach Berlin fahren. Zum Bahnhof nimmst du besser die Straßenbahn. Ach nein, das möchte ich nicht. Ich gehe zu Fuß. Entschuldigung. Ja? Wie komme ich zum Jobcenter? Gehen Sie hier geradeaus. Nehmen Sie die zweite Straße rechts. Dann gehen Sie weiter geradeaus bis zur Kreuzung und weiter über die Kreuzung. Das Jobcenter ist ungefähr 300 Meter hinter der Kreuzung links. Gut. Vielen Dank. Gern geschehen. Frau Jankowska, was sind Sie von Beruf? Ich arbeite in der Kantine in einem Büro. Ist die Arbeit interessant? Naja, langweilig ist die Arbeit nicht. Ich habe immer viel zu tun. Ich arbeite in der Küche. Manchmal serviere ich Essen und Getränke. Abends muss ich auch noch putzen. Sie haben also viel Stress. Ja, das ist richtig. Ich arbeite aber gern mit Menschen. Und die Kollegen sind alle sehr nett. Und wie sind Ihre Arbeitszeiten? Ich fange morgens um 9 Uhr an und bin um 18 Uhr fertig. Manchmal muss ich bis 20 Uhr arbeiten, aber nicht oft. Und bis wann müssen Sie heute arbeiten? Heute ist Samstag. Da kann ich schon um 14 Uhr nach Hause. Wann frühstücken Sie morgens? Immer schon um 5. Ich arbeite im Krankenhaus und muss sehr früh mit der Arbeit beginnen. Ich trinke nur einen Kaffee mit Milch. Haben Sie einen Führerschein? Ja, ich bin Taxifahrer. Ich habe Kopfschmerzen. Mein Kopf tut weh. Ich habe Halsschmerzen. Mein Hals tut weh. Ich habe Bauchschmerzen. Mein Bauch tut weh. Ich habe Ohrenschmerzen. Mein Ohr tut weh. Meine Ohren tun weh. Ich habe Zahnschmerzen. Mein Zahn tut weh. Meine Zähne tun weh. Nummer 1 Guten Tag. Haben Sie heute Birnen? Guten Tag. Birnen haben wir leider keine. Aber die Äpfel sind sehr schön. Ach nein. Äpfel mag ich nicht. Dann nehme ich Bananen. Diese hier? Geben Sie mir lieber noch zwei. Aber gerne. Bitte sehr, Ihre Bananen. Das macht 2,99 Euro. Das macht 2,99 Euro. Nummer 2 Entschuldigung, hält hier der Bus zum Bahnhof? Nein, hier halten die Busse 12 und 13. Die fahren nicht zum Bahnhof. Und wie komme ich bitte zum Bahnhof? Nehmen Sie am besten den Bus Nummer 30. Der hält gleich links an der nächsten Ecke. Vielen Dank. Bitte, gerne. Entschuldigung, hält hier der Bus zum Bahnhof? Nein, hier halten die Busse 12 und 13. Die fahren nicht zum Bahnhof. Und wie komme ich bitte zum Bahnhof? Nehmen Sie am besten den Bus Nummer 30. Der hält gleich links an der nächsten Ecke. Vielen Dank. Bitte, gerne. Kann ich Ihnen helfen? Ach ja, bitte. Ich möchte eine Hose kaufen. Sie soll zu dieser Jacke passen. Größe 52? Diese hier vielleicht? Die Farbe passt gut. Ja, die ist sehr schön. Die gefällt mir. Darf ich Ihnen vielleicht auch einen Pullover bringen? Kann ich Ihnen helfen? Ach ja, bitte. Ich möchte eine Hose kaufen. Sie soll zu dieser Jacke passen. Größe 52? Diese hier vielleicht? Die Farbe passt gut. Ja, die ist sehr schön. Die gefällt mir. Darf ich Ihnen vielleicht auch einen Pullover bringen? Nummer 4 Hallo, Jasmin. Hallo, Peter. Kommst du morgen auch zum Fest? Ja, klar. Soll ich einen Kuchen mitbringen? Nein, lieber einen Salat oder was zum Trinken. Ich kann einen Salat machen. Ist das in Ordnung? Sehr gut. Ja, dann bis morgen. Ja, bis morgen. Ich freue mich. Hallo, Jasmin. Hallo, Peter. Kommst du morgen auch zum Fest? Ja, klar. Soll ich einen Kuchen mitbringen? Nein, lieber einen Salat oder was zum Trinken. Ich kann einen Salat machen. Ist das in Ordnung? Sehr gut. Ja, dann bis morgen. Ja, bis morgen. Ich freue mich. Nummer 5 Nummer 5 Guten Tag. Ich möchte meine Tochter anmelden. Die Anmeldung ist nebenan. Zimmer 215. Aber hier steht Zimmer 213 und Zimmer 214. Oh, das ist ein Fehler. Ich schreibe gleich einen neuen Zettel. Anmeldung in Zimmer 215 ab 13 Uhr. Okay, danke. Und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag. Ich möchte meine Tochter anmelden. Die Anmeldung ist nebenan. Zimmer 215. Aber hier steht Zimmer 213 und Zimmer 214. Oh, das ist ein Fehler. Ich schreibe gleich einen neuen Zettel. Anmeldung in Zimmer 215 ab 13 Uhr. Okay, danke. Und auf Wiedersehen. Guten Morgen, Frau Petry. Gehen Sie auch zur Bushaltestelle? Guten Morgen, Herr Alkan. Nein, heute nicht. Das Wetter ist so schön. Da nehme ich lieber das Fahrrad zur Arbeit. Sehr gut. Aber Vorsicht. Heute sind viele Autos auf der Straße. Alles klar. Auf Wiedersehen, Herr Alkan. Auf Wiedersehen, Frau Petry. Guten Morgen, Frau Petry. Guten Morgen, Frau Petry. Gehen Sie auch zur Bushaltestelle? Guten Morgen, Herr Alkan. Nein, heute nicht. Das Wetter ist so schön. Da nehme ich lieber das Fahrrad zur Arbeit. Sehr gut. Aber Vorsicht. Heute sind viele Autos auf der Straße. Alles klar. Auf Wiedersehen, Herr Alkan. Auf Wiedersehen, Frau Petry. Guten Tag, Herr Kowalski. Heute ist Montag, der 30. Mai. Sie haben einen Termin zur Untersuchung morgen, am Dienstag. Leider müssen wir diesen Termin verschieben. Dr. Schneider ist krank geworden. Können Sie am Mittwoch, den 1. Juni kommen? Vielen Dank. Hier ist der automatische Anrufbeantworter Praxis Dr. Wallmann. Unsere Praxis ist zurzeit geschlossen. Sprechstunden sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. In dringenden Fällen rufen Sie bitte den ärztlichen Notdienst an. Telefon 069-19-292. Praxis Dr. Müller. Mein Name ist Kohler. Frau Okoye, Sie haben morgen um 14.30 Uhr einen Termin. Können Sie vielleicht schon etwas früher kommen? Um 14 Uhr? Bitte rufen Sie uns heute noch an. Unsere Telefonnummer ist 59-22-31. Danke. Liebe Julia, viele Grüße aus dem Urlaub. Wir sind an der Nordsee, auf der Insel Borkum. Es ist sehr schön hier. Wir haben sehr viel gemacht. Wir sind viel Fahrrad gefahren und wir sind den ganzen Tag am Strand spazieren gegangen. Natürlich haben wir auch sehr gut gegessen. Letzte Woche haben wir auch die Stadt Emden gesehen. Nach Emden sind wir mit dem Schiff gefahren. Leider bin ich etwas krank. Ich habe die letzten Tage nicht gut geschlafen. Gestern bin ich schon sehr früh ins Bett gegangen. Aber jetzt geht es mir schon wieder gut. Bis bald. Lola. PS. Ich habe superschöne Fotos gemacht. Sag mal, Lucy, hast du schon Urlaubspläne? Ja, dieses Jahr möchte ich in die Berge. Du fährst doch immer ans Meer und an den Strand. Weißt du, da war ich jedes Jahr. Jetzt will ich einmal etwas anderes machen. Robert, du fährst in den Urlaub? Erzähl mal. Ja, ich habe die Koffer gepackt und bald kann es losgehen. Wohin fährst du? Dieses Jahr mache ich einen Städteurlaub. Ich möchte Deutschland besser kennenlernen. Aber du warst doch schon in Berlin, in München, in Frankfurt. Ja, aber Hamburg kenne ich gar nicht. Die Stadt möchte ich sehen. Und machst du dann auch Urlaub am Meer? Nein, ich habe zu wenig Zeit. Vielleicht nächstes Jahr. Ella, wie war dein Wochenende? Schön. Das Wetter war gut. Ich bin viel Fahrrad gefahren. Am Sonntag war ich im Schwimmbad. Warst du im Kino? Da gibt es doch den neuen Film von... Nein. Ins Kino gehe ich diese Woche. Meine Damen und Herren, heute im Angebot T-Shirts, alle Farben. Das Stück für nur 9,90 Euro. Liebe Eltern, der kleine Tobias steht bei uns im ersten Stock an der Kasse. Er ist sechs Jahre alt, blond, trägt Jeans und ein rotes T-Shirt. Bitte kommen Sie schnell und holen ihn ab. Meine Damen und Herren, es ist gleich 20 Uhr und unser Kaufhaus schließt. Bitte gehen Sie zur Kasse und beenden Sie für heute Ihre Einkäufe. Wir freuen uns, Sie morgen wiederzusehen. Der Fahrer des Autos mit dem Kennzeichen MDF777 möchte bitte sofort zu seinem Auto kommen. Ihr Wagen steht im Parkverbot vor dem Kaufhaus. Ich wiederhole, an den Fahrer des Autos mit dem Kennzeichen MDF777 bitte fahren Sie sofort weg. Liebe Kundinnen und Kunden, morgen ist verkaufsoffener Sonntag. Sie können also das ganze Wochenende bei uns einkaufen. Wir haben wie immer bis 20 Uhr geöffnet. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ja, gerne. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Ich suche einen Mantel. Sehen Sie, hier haben wir die neuesten Mäntel aus der Winterkollektion. Hier, der grüne zum Beispiel. Sehr gute Qualität. Haben Sie den Mantel auch in Größe 44? Ja, dieses Modell haben wir von Größe 34 bis 48. Kann ich den Mantel anprobieren? Natürlich. Sehr schön. Gefällt er Ihnen? Wunderbar. Wie viel kostet er denn? 599 Euro. Aber wissen Sie, es handelt sich um Biowolle. Guten Tag. Können Sie mir helfen? Ich habe gestern einen Pullover gekauft. Leider passt er nicht. Er ist zu eng. Kann ich ihn umtauschen? Ja, kein Problem. Haben Sie den Kassenbon dabei? Ja, hier ist er. Gut, dann schauen Sie mal. Hier haben wir einen Pullover in Größe L. Ja, gut. Kann ich den anprobieren? Natürlich. Und? Passt er? Ja, danke. Ich nehme diesen Pullover. Hallo, Rabia. Wie geht es dir? Mir geht es gut, Mario. Schön, dass du anrufst. Geht's dir auch gut? Und wie ist das Wetter in Italien? Wunderbar, Rabia. Wunderbar. Heute, am 2. Juni, wird in Italien der Tag der Republik gefeiert. Unser Nationalfeiertag. Toll. Dann feiert schön, du und deine Familie. Unser iranischer Nationalfeiertag ist am 10. Februar. Unser größter Tag. Wann kommst du denn nach Deutschland zurück? Am 14. Juli. Na prima. Dann feiern wir den französischen Nationalfeiertag gemeinsam mit Nathalie und André. Genau. Ich freue mich. Bis bald, Rabia. Mach's gut, Mario. Tschüss.